Antonias heißester Traum – verzweifelte Not im Wartebereich Gerade noch sitzt Antonia gelangweilt im Wartebereich des Rathauses, als die Situation sich mit einem Schlag ändert. Der extrem gut aussehen Joshua stürmt herein und wie nichts übersehen ist, muss er wahnsinnig dringend pinkeln. Antonias Herz beginnt kräftig zu klopfen. Eine solch heiße Szene hat sie noch nie live erlebt. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de